Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Zwischen-Info-Video-Gedönse. Hallo erstmal an diesem wunderschönen Sonntag, wenn ihr das denn heute gucken solltet. Und ich möchte mal eben so ein kleines Update rausbringen bezüglich prinzipieller Situation hier. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass in letzter Zeit Azura Bay auch mal so ein bisschen delayed war, wegen technischen Schwierigkeiten oder ähnlichem. Zum einen oder zum anderen, weil ich da irgendwie keine Zeit gefunden habe oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Ich möchte das Ganze mal so ein bisschen aufklären, weil ich finde das ein bisschen scheiße auf gut Deutsch, wenn ich euch da jetzt nur jede Woche mal vertrösten sollte oder ab und zu mal vertrösten sollte, wenn da irgendwie was nicht pünktlich kommt oder was zu spät kommt oder gar nicht kommt oder verschoben wird oder was weiß ich nicht was. Deswegen dieses Video jetzt hier einfach mal, um einfach klipp und klar zu definieren, woran hapert es jetzt hier. Die letzten Folgen, wo ich gesagt habe, dass wir da technische Probleme hatten mit YouTube oder sowas, also das stimmt auch alles, keine Sorge, ich habe euch da nicht irgendwie angelogen oder sowas, nur jetzt mal generell gesprochen. Ich habe momentan ein bisschen viel zu tun. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich bei mir zu Hause die Wohnung saniere bzw. renoviere und renovieren lasse. Mietwohnung lässt grüßen. Und mit so einer Renovierung, das heißt neue Küche rein und so weiter und so fort, ist natürlich auch ein bisschen viel Arbeit mit verbunden. Jeder, der schon mal selber renoviert hat oder schon allein nur sein Zimmer gestrichen hat, der weiß, es dauert ein bisschen. Und das heißt, gerade bei so einer Komplettrenovierung, wo man dann auch ohne Ende Möbel schleppen muss und neu kaufen muss, wie gesagt, neue Küche und so weiter und so fort, da ist dann schon ein bisschen viel Arbeit mit verbunden und in der entsprechenden Folge fehlt einem dann schnell mal Zeit für was anderes. Und dieses andere ist natürlich relativ einfach zu definieren mit YouTube. YouTube ist mein Hobby. Ich verdiene durch die Videos, die ich mache, kein nennenswertes Geld. Das ist vielleicht auch mal eine Tatsache, die man aussprechen muss. Plus, die einigen von euch sagen, ich verdiene mit Geld, die anderen sagen, ich verdiene mit kein Geld. Das ist plus, minus, beides falsch, weil ich verdiene tatsächlich Geld mit YouTube. Allerdings 30 Euro im Jahr, das kann ich jetzt mal hier klipp und klar sagen. Das heißt, es ist völlig irrelevant, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Also vielleicht sollten wir das mal deutlich aussprechen. So ehrlich muss man ja sein. Also das sind 30 Euro oder 32,80 Euro oder so ein Schwachsinn. Also es ist nichts, so kann man sagen. Und es ist halt vielleicht mal erwähnenswert, wenn ich das mal tue. Und das Schöne an der Sache ist jetzt einfach, dass YouTube, deswegen sehe ich es ja als Hobby an, Beruf ist es definitiv nicht, dafür habe ich was anderes, als Hobby natürlich als erstes das, was wegfällt, wenn man halt eben viel zu tun hat. Und da ich meinen Job jetzt nicht einfach so mal für fünf Jahre pausieren kann, um mir alles fertig zu machen, gut, fünf Jahre ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber egal. Ich habe zwar Urlaub genommen, aber trotzdem, also alles braucht ein bisschen seine Zeit. Und ich habe logischerweise mit meinem Job viel zu tun, eine Sechstagewoche. Ich habe dann natürlich auch noch, ich nenne es mal Familie. Und das heißt, im Großen und Ganzen ist dann das Hobby, in diesem Fall YouTube, eines meiner Hobbys natürlich relativ schnell hinten angestellt, wenn es um so große Sachen geht. Deswegen kann es sein, dass in dieser Woche oder heute ist es ja definitiv der Fall und auch im Laufe der nächsten paar Wochen vielleicht eventuell mal das eine oder andere sich verschiebt. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Azura Bay, das bezieht sich auf Bridgeport, das bezieht sich auf was weiß ich, was rauskommen soll, dass das alles ein bisschen langsamer geht oder ein bisschen später kommt oder mal eine Woche später kommt. Das ist jetzt zwar, will ich zwar vermeiden, aber es kann passieren. Ich möchte hier irgendwie nicht mich an diesem Uploadplan festbeißen, trotz aller Widrigkeiten, sage ich jetzt mal, nur weil ich da jetzt irgendwie gesagt habe, die Folge kommt immer jeden Samstag um 14 Uhr raus oder jeden zweiten Sonntag um 14 Uhr. Und ich möchte dafür jetzt auf gar keinen Fall irgendwas anderes in den Hintergrund stellen. Zumal auch so eine Folge, wo ich jetzt mal eben, was weiß ich, die ich jetzt mal eben so dahin klatsche, weil mir die Zeit fehlt, natürlich auch keine Folge ist, die ich euch eigentlich präsentieren möchte. Also sowas wie, ich setze mich jetzt mal eben schnell eine Stunde hin, Timelapse zusammengeschnippelt, irgendeinen kurzen Kommentar, ganz viel Musik ins Video, damit ich möglichst nicht viel sprechen muss, damit ich es möglichst schnell rendern kann, möglichst schnell hochladen kann. Das ist doch Quatsch. Also ganz ehrlich. Also da müssen wir, glaube ich, aller ehrlich sein, das ist Quatsch. Das will, glaube ich, keiner von unseren beiden Seiten. Deswegen hier jetzt mal die offizielle Stellungnahme innerhalb von fünf Minuten hoffentlich, dass es sein kann, dass im Laufe der nächsten Wochentage alles ein wenig verzögert kommen kann oder halt mal ausfällt und dann eine Woche später kommt oder was weiß ich nicht was. Das ist halt eben momentan ein bisschen der Situation geschuldet und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Das muss man, glaube ich, jetzt hier nicht besonders großartig missverstehen. Ich denke auch, die meisten von euch werden das verstehen, hoffe ich zumindest und damit möchte ich jetzt auch aufhören mit dem Reden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Allerdings, wobei so eine Kleinigkeit, ich komme, wenn ich das hier schon als Hintergrund für dieses Video genommen habe, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da hier hinklatschen soll als Video, Hintergrund. Was ihr da im Hintergrund seht, ist übrigens auch noch eine Sache, an der ich arbeite und die rauskommen wird, sobald ich die Zeit dazu gefunden habe, das mal fertig zu machen. Aber gut, in diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag noch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wann auch immer die kommen mag. Bis dahin macht es gut, einen schönen Tag noch und haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.